Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Novos Inception. Ja, wir wollten, was wollten wir? Ach ja, richtig, wir wollten uns was zum Essen machen. Geht's denn jetzt? Ja, jetzt geht's. Was zum Geier? Okay, gut, das da und da muss Mayo ran. Ist das Mayo ran? Ne, Parsley lief. Egal, bauen wir trotzdem. Machen wir den ganzen Fisch weg. Ich selber mag es nicht so gerne Fisch. Oder Shushi geht halt schon, aber halt nur bedingt. Also letztendlich, es schmeckt mir, aber auch nicht zu viel. Irgendwie ist es dann auch gut. Ah, ist Mayo ran. Was ist das denn schon? Basil und Mayo ran, okay. Und... Kraft, 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 Kraft. Da ist es. 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 Da hat er das andere jetzt nicht gebaut. Und... Und... Was hat er doch? So, Kraft, komm schon. Mich juckt's im Auge. Okay, da ist es. Okay, da ist es. Und eat. Just eat it. Just eat it. Sehr gut. Jetzt sind wir einigermaßen wieder gestärkt. Corn, Clay, Sand und Fibre. Die Dinger lassen wir mal bei mir im Inventar. Genau so wie das da. Das tun wir mal wieder zurück. Gut. Ähm. Jetzt können wir... Extinguish'n. Ach. Ach. Jetzt hat er es wieder. Ach ja. So. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ach ja, genau. Ich war ja unschlüssig, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Deswegen schaue ich mal, kann man jetzt die Bäume hier... Wahrscheinlich immer noch nicht. Nein. Nee. Nee. Nee, 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 nup, nup, nup. Da kann man gar nicht malen. Gar nicht kann man da malen. Dann cutten wir den mal. Es wäre doch schön, wenn man die Axte noch sehen würde. Ach Gott, jetzt purzelt der da auch runter. Und bleibt da liegen. Na gut. Bam, 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 bam. So, okay. Hm, immer geil mit steifen Knien zu springen. Also er ist nicht so kräftig wie der Typ von Los Forrestos. Was haben wir hier? Manufacture. Wir brauchen einen Lock. Dann brauchen wir das da. Noch einen Lock. Und da sind die Raubs. Schwer sind die denn? Vier Kilo, ja, die können wir zu... Na, die lassen wir dran. Ein Raub. Und Annie Hammer. Sie Hammer. Hammer Time. Dann sind wir hier, äh, finish. Gitsch, gitsch, gitsch. Wo sind wir? Achso, das ist da drüben jetzt. Schubidu, schubidu. Schub, 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 schub. Was haben wir da noch, das da? Äh. Machen wir auf hier. Letzah. Okay. Jetzt müssen wir da reinlegen. Dann können wir uns noch einen genehmigen. Und dann müssen wir wieder zurücklaufen. Da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Seile. Gott sei Dank. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Oh, krass. Gib, Gummi. Die zwei Fenster, die sie überlagern, schauen aus wie dieses Machfenster groß oder Machfenster klein. Symbol. Manufakturing. 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 Kraft, die Kraft, die Kraft, Kraft, Kraft. Bum, bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Ja, ich bin ja nur am rumtrellern und rede gar nichts mehr. Ich war schon. Aber nach einiger Zeit weiß man auch einfach nicht mehr, was man reden soll. Deswegen werde ich jetzt singen. Nein. Ich möchte jetzt schauen, dass wir unsere Seile jetzt, die wir jetzt da haben, hier verkraften quasi. Das heißt, was ist das denn jetzt? Minus 18 Grad. Ah, okay, jetzt ist der... Wieso bin ich jetzt überladen? Ach, ich weiß. Kann man eigentlich... So, wir wollen mal schauen. Wenn ich das jetzt noch da reinlege, bin ich ja schnell. Und kommt die Drohne noch? Die kommt noch. Also die kann man wohl gut überladen. Aber wir wollen mal schauen, wie weit das geht. Bump und Bump und Lock und Seil und... Ach, war doch gleich beide genommen. Okay. Ich dachte, er hätte nur ein Holz reingelegt. Super. Und dann noch Finishing. Fett. Fetti, Fetti, Mac, Fett, Fett. Okay. Okay, okay, okay. Habe ich eigentlich schon gesagt. Okay. Okay. Gut. Dann zerknüseln wir den hier noch. Achtung, es macht gleich Kritsch, Kritsch, Kritsch. Lecker, schmecker. Gut. Ich hätte gerne... Was ist denn? Hm. So, dass ich da immer wieder rein und raus gehen muss. Äh. Bup, bup, bup. Den kann er da reinlegen. Den kann er da reinlegen. Jetzt schauen wir mal. 100 Kilo, sagt er. Und 112 hat er schon draufgeladen. Irgendwie, glaube ich, kann man den gewaltig überladen. Habe ich so das Gefühl. Scheint ihn nicht besonders zu interessieren. Scheint wohl noch ein Bug zu sein. Feature nehme ich mal nicht an. Es sei denn, sie sagen, wir haben noch keine Möglichkeit für die Spieler hier Sachen aufzubewahren anständig. Deswegen muss die Drohne herhalten. Während wir auch den gehen. Okay. Und dann... Manufacturing. Und... Rob. Destroy, destroy, destroy. Die ich gar nicht. Finish. Finish. Are you finished? No, I'm frisisch. Ohohohoho. Hm. Jetzt hat er jetzt hier wieder zugemacht. Das ist echt anstrengend. Mach doch mal. Herrschaft. Manifacture. Kraft. Ach ja. Jetzt habe ich gar nicht auf die Üelge gekügt hier. Naja. Wird schon passen. Ach ja. Wir brauchen jetzt ein neues Holz. Ein neues Holz. Weg damit. Dann schlagen wir mal die Trauerweide. Und... machen wir mal dieses hier. So. Und das Kulat und Kulat und Kulat. Kann ich jetzt das hier? Trunk Willow. Ja. Ist ja toll. Und rein mit der... Ja. Mein Auge juckt. Ich frage mich, wieso. Also gehen jetzt aus jedem Bäumchen fünf so Stämme raus. Ist das richtig? Und wir hatten ja 25 Plattformen. Jede Plattform verbrauchte zwei Stämme. Das heißt 50 Stämme. Und wenn wir das hier unten müssen wir zehn Bäume fällen. Und wir haben jetzt drei komplett abgehavestet. Und zwei liegen halt ja da noch halb abgehavestet rum. Der dürfte es nur noch eingeben, wenn meine Theorie stimmt. Und meine Theorien stimmen meistens. Haha. Sofalls Glück. Okay. Und wir haben noch zwei Seile. Okay. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich aber gerne mal in den noch die Teile jetzt da mal machen. Speziell dieses hier. Speziell deswegen, weil ich so sage... Verdammt. Was ist da jetzt dieser blöde Shortcut? Und es ist nervig, dass der hier I durch Steuerung I, B, 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 nein. Also, es geht... V, N, N. Ah. Wo sind wir jetzt da? N ist das also. Gut. Gut zu wissen. Ja. Äh, äh, äh. Ach, so anstrengend. Ich sage es euch. Halt. Finishing. Ich weiß nicht, warum man das noch finishen muss. Naja. Okay. Dann machen wir als nächstes das, diese N. Bumm, bumm. Und bumm. Und Kraft. So. Und... Na? Komm schon. Finish. Äh, dieses Viech haue ich jetzt um. Alter, das geht mir echt auf den Sack. Äh, so. Wo ist es? Da ist es. Ich treffe es nicht mal. Ah. Ist das doof, Tier? Willst du mich jetzt verarschen? Und? Du entkommst mir nicht. Alter, der lädt sich wieder auf hier, oder was? Äh, na gut. Na gut. Dann... Ich hätte gerne, dass die verschwinden. Das wäre echt super. Aber leider ist der nicht so... Ach ja. Ah, wir brauchen wieder Gras und den ganzen Schmarrn. Okay. Dann wieder Leafs. Leafs. Oh, der hat 15 Leafs. Uiuiui. Ach ja. Sammel die, sammel die. Aber wie gefällt euch denn das Spiel bisher? Also, ähm, ich habe, weiß nicht... Vorletzte Folge habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass mir das echt richtig gut gefällt. Mir macht es auch echt immer noch richtig Spaß. Ich möchte auch richtig... Also, das ist jetzt auch nur erstmal unser kleines Häuschen. Unser kleines erstes Projekt. Das möchte ich natürlich noch erweitern. Also, ich möchte noch ein zweites Stockwerk dann noch irgendwann draufsetzen. Ähm, Gärten anlegen. Also, Subjete kann man wohl anlegen. Sieht man ja im Trailer auch. Ähm, ja, das ist richtig schön. Einrichten auch. Und, ja, das soll gut werden. Und wir sollen... Möchten natürlich auch... Oder ich möchte mich auch richtig gut ausrüsten. Mit allem, was dazugehört. Ähm, und... Dann auch nochmal Anomalien gehen. Vielleicht kriegen wir ja auch mal nicht eine Eishöhle. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir auch mal ein offenes Gebiet. Wer weiß. Wäre natürlich mal eine feine Sache. Ähm... Okay. Er läuft. Und der sammelt und sammelt. Ach, jetzt er. Ach, da liegen die Dinger immer noch rum. Jetzt haben wir jetzt da. Bark und Rawstone. Die können wir natürlich... Äh... In unseren... Kofferraum legen hier. Die liegen da auch immer noch rum. Das ist ja echt ein Ding her. Naja. Jetzt habe ich sie doch eingesammelt. Aber es ist jetzt nicht spielentscheidend. Das bringt jetzt keinen besonders tollen Vorteil. Eine Rinde und ein Stein. So, uh, die Ausdauer geht runter. Äh... Ja, wir brauchen auch wieder was zum Trinken. Wo ist unser... Achso, Feuer. Haben wir ja wieder keins. Ähm... Trinken, trinken. Krass, wir haben echt viel Wasser. Das finde ich sehr gut. Das geht schon mal gut rauf. Ähm... Wir müssen uns aber auch... Survival! Schön großer Gronkh. Ähm... Ah ja. Messer. Ähm... Hier. Dingsl, dingsl, kleine, kleine Sachen craften für ein Feuer. Ah, das ist anstrengend, dass ich da auch echt wieder jedes Einzelne reinlegen muss. Ich hätte gerne einen Stapel reingelegt. Aber... Können wir da mehr reinlegen? Ne. Ne, geht einfach nicht. Okay. Äh... Ja. Das ist anstrengend hier. Sehr cool. Ein Stack reinlegen, wo man sagt, okay, ich würde jetzt gerne... Also nicht so und so viele daraus bauen. Und dann craften. Aber es ist halt dann nicht mehr ganz so... Ne, weiß nicht. Der Spiel hegt wohl einen... Äh... Gerne einen gewissen Realismus, was das Crafting-System angeht. Gut. Na, basic campfire, komm schon. So. Und Kraft. So geht's da hin. Gut. Dieses basic campfire... 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 Legen wir... Hier ans Eck. Place. Nein, nicht schon wieder. Ach, komm. Naja, gut. Scheiße. Ähm... Dann... Kraft... Ich drücke immer C und dann geht aber das Fenster hier auf, wirklich Charakter. Ich denke mal C, Crafting. So. Ein Roast hätte ich gerne. Machen wir den Fisch mal wieder weg. Und wir brauchen ein Feuer. Es ist doch zum Mäusemilken. Machen wir sie weg. Dann, ähm... Bauen wir uns halt noch ein Feuer. Wir haben's ja... Das ist... Das ist da... Kraft... ...gut... 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 Können wir ihn mal nie anklicken. Alter, schon wieder... Der will, dass wir verhungern, ne? Feier. Wir haben ein Feuer! Das ist leider echt noch gar nicht schon verpackt. Oh, unser Hammer geht kaputt. Na gut. Äh... Wir lassen's jetzt mal brennen. So viel Schissen erst mal. Dann, äh... Bauen wir uns hier erst mal wieder... Nicht Thread. Können wir Thread aufbauen? Mach ich ja klar, warum nicht. Da haben wir ja was gefunden. So wie's scheint, ja? Können wir dann gleich mal verbasteln. Und das da... Können wir... Na gut, das legen wir dann spät. Ach nee, das geht jetzt nicht mehr. So, das legen wir wieder... ...da rüber. Und dann, ähm... Fiber war's, genau. Fiber, bop, bop, bop. Craft. Bop, bop, bop. Craft. Und bop, bop, bop. Endscreen. Tja, diese Folge war leider nicht so der Bär los. Es ist auch echt schwierig. Also, ich versuch euch ja ein bisschen bei der Stange zu halten, ne? Aber, ähm... Wenn ihr wollt, dass ich offscreen das Haus baue... Nein, das ist... Nein, vergesst es. Das ist eine blöde Idee. Ihr sollt es ja schon mitkriegen. Das ist ja doof, wenn ich dann alles hier baue. Und, ähm... Äh... Äh... Ihr seht ja nur noch das Endprodukt. Das ist ja... Das ist ja Fastfood. Kost hier. Das ist ja doof. Ne, ähm... Ja, wir werden... Wir werden jetzt die nächsten Folge einfach den Hausbau wirklich knallhart durchziehen. Dann ist das nämlich fertig. Dann können wir uns da nämlich schon mal auf andere Sachen konzentrieren und haben zumindest mal einen Unterschlupf, den wir dann noch ein bisschen verschöner können und fackeln und weiß der Teufel nicht noch. Und, ähm... Das ist jetzt wirklich Prio 1. Das werden wir jetzt auch machen. Eiskalt diesen Hausbau durchziehen. Ansonsten... Pfff... Subscribt uns. Das ist ein Befell. Ähm... Nein. Subscribt uns, wenn ihr wollt. Äh... Liked uns auf Facebook. Liked uns auf Twitter. Schaut auch euch gerne die Videos von Flo an. Hier, ähm... Mad Max und Krooks. Ähm... Bloodball läuft ja auch noch. Aktuell die Kampagne. Ähm... Ähm... Auch da. Liked. Subscribt. Wie auch immer. Wie ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abend. Nachmittag. Oder eine schöne Nacht. Wie auch immer. Und wenn ihr wollt, hören wir uns auf dem nächsten Mal wieder. Macht's es gut.